In der weiten und fernen Galaxie wird sich nun bald ein Schaubild des Schreckens so richten. Hi Dobby, gut dass du da bist. Dobby freuen sich auch dich zu sehen, Captain Max. Ich würde mich mehr freuen, wenn wir uns an einem anderen, nicht so gefährlichen Ort getroffen hätten. Dobby fragen sich, wie meinst du das? Achtung, aufgefasst! Ich werde euch vernichten. Dobby meint, da hältst du noch ein Schauber. Tü-tü! Gutes Gedatheit, du musst mich was erzählen. Darth Vader, das hat Micky und Donald geführt. Wir müssen die suchen. Halt, stehen bleiben, was wollt ihr hier? Wir suchen nicht hier die Schuhe ein. Ich habe sie gefangen. Raus, rücken, suchen uns. Und Yoshi wirft dann ein. Let's go. Gura, Yoshi ist da. Wir haben das Vader besiegt. Dann können wir ja endlich wieder in unsere Klasse rücken. Was ist denn Klasse? Oh, das hat sich aber schon wieder verändert. Wir waren sonst so lange nicht mehr hier. Wir sind wieder da zu sein. Und so leben sie glücklich bis an ihr Lebensende. Wir sind wieder da. Ich bin wieder da.